Kein Verstecken mehr. Feindlichen Nomad ausgeschaltet. Informationen gewinnen Kriege. Ziel am Boden. Drohne bereit. Ein Kistronenpaket gesichtet. Konterdrohne bereit. Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Zwei Rundenabschluss bestätigt habe ich heute von mir hier. Wenn ich ein bisschen Bullshit labern sollte, verzeiht mir, ich habe gerade 5,5 Stunden Stream mit Steve hinter mir. Wir haben die ganze Zeit Blackout gezockt. Davon gibt es demnächst eine kleine Zusammenfassung von Blackout. Da waren ein paar richtig coole Runden dabei, aber die kommen ein paar Tage erst. Jetzt zwei Rundenabschluss bestätigt, beide auf Kontraband. Meine Lieblingsmap bis jetzt. Eine Runde mit der Titan, das ist die Klasse, die wir hier sehen. Und eine Runde mit der ICR hat richtig Bock gemacht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Wie immer ein Daumen, ein Abo. Wollte ich mich mega drüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao. Was war das jetzt? Markiert. Sensorpfeil unterwegs. Feind am Boden. Es ist jedes Mal irgendein feindlicher Scheiß Stacheldraht. Schießt, äh, die Mumpeln. Das ist dämlich. Ich schieße auf den Stacheldraht. Und meine Mumpeln gehen natürlich nicht durch. Ich schieße auf den Stacheldraht entdeckt. Frage ohne Scheiß. Erst so schnell reagierst du nicht. Fuck ey, ich hab's fast, ich hab's fast gemacht. Feindliche Drohne kreist. Feindliche Fernlängsladung im Einsatzgebiet. Abschuss. Wir sehen euch. Aufklärer beseitigt. Achtung, feindlicher Taktik-Einstiegsmarker ist aktiv. Drohne bereit. Recon erbittet Drohnendaten. Setz ein Sensor-Pfeil ein. Jetzt machen die Leute eigentlich was mit. Sensor-Pfeil los. Feind markiert. Er ist gefallen. Es sammelt ja keiner sonst die Marken ein von den Lappen hier. Feindlicher Taktik-Einstiegsmarker online. Alter, kassiert das Drecksvieh. Die sind so behindert mit ihren Scheiß-Stacheldraht-Unscheiß. Ruin lahmgelegt. Talk erledigt. Feindlichen Nomad ausgeschaltet. Stacheldraht durchgeschnitten. Alter. Alter. Abschuss. Feindlicher Taktik-Einstiegsmarker online. Ruin ist weg. Er ist tot. Da bewegt sich was. Oh, der war gut. Ich hasse die Dinger. Ich hasse es. Und immer, wenn ich kurz vor einer Abschluss-Serie bin, kommt dieses Elektro-Heini-Ding und rotzt nicht weg. Ich hasse mich weg. Ich hasse mich springen. Ich hasse mich weg. Ich hasse mich springen. Nicht mächtig. Deutschland verliert 3-0 gegen Niederlande. Ich sah es noch. Witzig. Endlich kriege ich mal richtig vor einen Latz die Lappen. Pfff. 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 Nein. Ey, die Teammates, du warst doch da drinnen. Pfff. 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 Pff. Pfff. Sie sind erledigt. Pff. 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 Kein Verstecken mehr. Pff. Pff. Feindlichen Nomad ausgeschaltet. Pff. 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 Man, 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 geht's richtig ab, überhaupt irgendwas gebracht. Alter, die ist so geil. Hm, den hätte ich noch fast gehabt. Also mit der Waffe freue ich mich doch deutlich mehr vom Feld. Einfach weil ich ein bestes Movement habe. Du kannst mit der Waffe deutlich schneller laufen. Bitteschön. Was für ein Stress. Feind markiert. Na? Sensor Pfeil los. Oh, der war geil. Wir sehen euch. Wir sehen euch. Kurz schön gucken. Recon autorisiert Drohnen-Einsatz. Drohnen in der Luft und startet Übermachungs-Operation. Feind markiert. Konter Drohne verfügbar. Unser Taktik-Einstiegs-Mascher ist offline. Der Sieg ist nah. Ihr müsst nur noch danach greifen. Hätte ich sonst nicht verloren. Konter Drohnen-Missionszeit bei 50%. Recon erbittet Hellstorm-Abschuss. Konter Drohne hat das Ansatzgebiet verlassen. Hätte ich sonst nicht verloren. Definitiv nicht. Ziel nach Boden. Oh, die Waffe ist echt stark. Oh, ich liebe es, diese Idioten aus ihrem Head-Clitch zu holen. Da ist noch einer. Hm, shit. Wie sich aber fast alles genau hier abspielt. Das ist eigentlich ziemlich langweilig. Ich denke doch, dass hier mal ein Spawn ist oder so. Wie, das war's schon. Operation abgeschlossen. Gute Arbeit. 26.11. Jetzt auch nicht die blödeste Runde. Und schönen Abschluss. Den Marco holen, heilen und Headshot. Bam, 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 bam. Dafür einen fetten, fetten Daumen.